Vielen Dank für die Gratulation, hat schon, denke ich, vieles gesagt, was diesen Spielverlauf betraf. Wenn du so ein frühes Tor erzielst nach zwei Niederlagen, dann soll dir das eigentliche Sicherheit geben. Bei uns ist es halt immer das Problem, dass wir dann zu, ich will nicht sagen passiv, aber wir sind dann erstmal zufrieden. Diese Mannschaft kann nur richtig gut sein, wenn sie nach vorne spielt, wenn sie, ich sage es einfach so, Spektakel macht, weil nach vorne ist sie richtig gut. Da brauchen wir in dieser Liga sowieso vor keinem uns irgendwie verstecken. Das Spiel hat dann auch wieder gezeigt, dass 17 Vereine fast auf Augenhöhe sind. Das sind Nuancen. Es gibt nur eine Mannschaft, nur weil sie das sechsfach oder siebenfach oder achtfache Geld haben. Aber die kann man auch besiegen, da muss man sich nur gegen wehren. Ansonsten sind das Kleinigkeiten. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017